Willkommen zurück Leute, bei einem länger vergangenen Part von Let's Play, The Legend of Zelda und Majores Mercas, so lange her, dass ich den Titel vergessen habe von Let's Play und im letzten Part, waren wir eigentlich bei der Gronenfestung, aber äh, ja, bei der Gronenschule, da gehe ich jetzt auch wieder hin, aber ich habe zwischendurch die Zeit zurückgespult, ich weiß nicht, ob ihr es so gut schon gelesen habt, aber ich habe die Zeit zurückgespult und, ja, soll halt so allein, und da fliegen mir schon die ersten Schneebälle in die Wäsche und ich bin eingefroren und sehe ziemlich merkwürdig aus, ja, so, Moment, das ist der falsche Weg, glaube ich, ja, Dann gehen wir mal zurück und suchen uns den richtigen Weg, weil wir das in einem Let's Play zu tun, hm, auf jeden Fall ist meine letzte Aufnahme jetzt schon ungefähr einen Monat her, Ja, ihr habt es mir nicht viel vergessen von dem Spiel, kann sein, dass ich es zwischenzeitlich aufgenommen habe, aber ich weiß es einfach nicht mehr, und ich hoffe, dass mein Gedächtnis noch so weit ist, dass ich eventuell heute weiterkomme, mehr als sonst, und, ja, das werden wir mal herausfinden, ob ich es schaffe, irgendwie weiterzukommen. Hm, da oben geht es auf jeden Fall weiter, also, hier geht es noch rein, was steht da auf dem Schild? Zum Korinther, Vorsicht vor den Schneewollfuß, okay, hier sind wir richtig, Hugh, Hugh mischen wir lang, Hugh was von lang, Und wir haben schon fast unser ganzes Leben beim ersten Schlag, Boss verloren, und da haben wir schon ein Weiß, jetzt bekommen, Tippi Tippi, Tippi, jetzt gehen wir hier die Treppe rüber, Tsch, 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 und da sind Wolfos, Wolfos Hundos, was ja quasi meine Abschlussarbeit ist, meine mündliche Heide. Und ich sehe nichts, weil der Baum in dem steht. Baumann nervt. Okay, da unten bist du gar nicht mehr so... Du kommst hoch. Das ist... super von dir. Ah! Ja! Und... Zuck, 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 zuck. Ah! Störb, Walfus. Mach sie mir ruhig. Ich gehe noch klein. Oder du kriegst mich klein. Durch einen Walf. Er hat aber ein schon komisches Fass. Okay, jetzt werde ich es dem Wolf aber zeigen. Erstmal den hier besiegen. Den. Ähm, wie habe ich das gemacht? Ähm, lol. Ich habe gar nicht aufgeladen. Okay. Es handelt sich wie bei der, da, Legend of Zelda Green of Time. Und Green of Time kriegt man das auch so hin. Wenn man ganz schnell im Kreis dreht und... Aua! Nein, ich muss den die mir erstmal besiegen. Also wenn man schnell im Kreis hinkriegt, äh, schnell im Kreis dreht und dabei die A-Taste drückt zum Angreifen, dann kriegt man diesen schönen Wöbelwind hin. So, komm mal hier. Komm, putt, putt, putt. Ah. Hä? Der, der hat Paper Mario gespielt. Der hat Paper Mario gezackt. Ja, der hat Paper Mario gespielt, weil er gerade voll zum Papier wurde. Oh, da ist noch einer. Ah. Komm her. Komm. Muck auf. Ich muck dich zurück. Ja, komm. Ja. Okay. Hallo. Ach, ich bin gut. Ich bin gut. Du bist schlecht. Du bist schlecht. Komm her. Komm mal her. Komm. Oh nein, ich bin eingefroren. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Nicht wieder einen Steil schubsen. Ah. Wir haben einen besiegt. Und er hält ein Herz dafür. Super. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Wollen wir hier mal genug tun und umschauen. Wie gesagt, hier ist das Grunddorf. Ich weiß nicht, ob ich den letzten Part schon synchronisiert habe. Ich mach's jetzt einfach mal. Nicht wieder so hart. Ist es kalt. Es ist schwer, über dieser epicélte Wache zu halten. Möchte ich die Kurkonscheide betreten? Ja. Dann öffne ich das Testور mit meinem Kurkonschimpfer. Ich werde es wieder rasch wieder schließen und nicht mehr kalt hat. Aber halte ihn. das ist bereits offen ich werde es gleich wieder schließen weil ich okay ich glaube hier waren wir schon ja hier war auf jeden fall schon das war die sache mit dem baby ich erinnere mich so ganz leicht gerade was haben die denn hier zu sagen die regen sich auf worüber ich wünschte ich ja jemand würde etwas unternehmen dieses geschreis wieder an meinem kopf war nicht gerund ja im letzten teil der gibt sieht ja aus als ging es dir gut trotz des lärms ich fühle es in meinen eingeweiden dass ich heute meinen wir haben wir hatten ja schon wieder probleme wegen der großen kälte kommt kein nachschub mehr daher sind alle waren stark überteuert solltet ihr nichts kaufen das ist ja ein seltener blöck und ich habe allgemein kein geld dabei also ich erinnere mich an diese kristall ich glaube ich habe es im letzten fall schon angesprochen das ist so lange her Gott ich kann mich hier gar nichts mehr erinnern ja gut ich habe kaum was aber die musik ist immer noch cool wie im teils zuvor aber die musik ist immer noch cool wie im teils zuvor das sieht irgendwie nach könig aus ok da kommen wir noch hoch hallo Krüger ok nur tränke verdammt ich will Herzen haben hallo die sind die gemächte das ältesten unseres volks hast du etwas mit ihm zu bestreiten leider ist er nicht anwesend seit der älteste fort ist kann dein son nicht aufhören zu weinen ich wünsche irgendjemand würde etwas unternehmen ja das geschreien in meinem kopf wie ein erbeben ganz schön wir sind am ende unserer kräfte der älteste braucht zum pick die berge auf doch kann das kam er bis jetzt nicht zurück zu erzeugen kann seitdem ich aufhören zu weinen es wird immer kälter ab bald werden wir alle erfroren sein das ist ja schlecht ich helfe euch doch gerne ok ähm man ich krieg ja nur Stöcke ich will einfach anführen ich kann ich den irgendwie besänftigen mit ne maske oder so blub ein 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 das ist und sich helfen muss ich helfen und der partner sind ich werde mal schauen hier rutsche ich wieder zurück das ist vielleicht nicht so vorteil für mich okay gehen wir hier mal wieder raus hier finden wir anscheinend nicht gut denn hoch hier ja ab und zu gehen meine augen so komisch zu zinkern quasi wenn ich wusste das ist ganz ganz merkwürdig auf jeden fall hätten wir da schon mal so ähnliches wie ein das ist ein weg komm mal her komm mal her komm mal her Okay, ähm. So war das. Und boom. Da ist auch einer. Ah, ah. Und Leben gekriegt, super. Hm. Okay, jetzt können wir wieder boom machen. Und dann ist die Eule. Euli, 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 Euli. Juhu. So treffen wir uns wieder für ein Kind. Warte mal, die Statue von Nutzen. Ja, das ist gar nicht mehr, welche Stimme ich denn habe. Das sieht so aus. So reden dir die Kraft ruhen und das Schicksal dieses Landes zu verhindern. Aber ich würde noch steiniger und schwerer. Wiederprüfungen erwarten dich. Bitte schön zuerst halt der Corona. Ihr Land ist verdammt und ereist und Schnee begrenzt sein. Kein Leben wird in diesem Land mehr blühen können. Doch ohne Mund und Entschlossenheit kannst du diesen extremen Bedingungen nicht Bestand halten. Doch bist du ja für für weh, wegen dich dieser Werte. Wird dieses Geschichten ein glückliches Leben befinden. Sag mir, willst du weitergehen? Ja. Juhu, viele Sterne wurden dir, mein Kind. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde mich nun heben und auf den Scheuen zu fliegen. Folge mir. Du vertraust nicht nur auf deine Augen. Lass dich von deinen Gefühlen leiden. Dann wird sich der Weg öffnen. Bist bereit, so folge mir nach. Ja, okay. Wir sollen dieser Euler folgen. Die da hinten hin bliegt. Ich würde gerne unter Rand springen, glaube ich. Wie komme ich denn da hin? Hä? Hä? Ich würde ja gerne rüberkommen. Aber wie? Hä? Was ist denn das? Was ist das für ein kleines Scheifer hier? Na, was? Hä? Ich spreche es komisch. Ähm. Schein, der Stünder ist nicht gut. Nur um dich. Juhu. Verzeih nicht noch. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Du lass dich nicht von ungeduld ergreifen. Sie vergiftet im Herz. Mit brennender Unruhe. Willst du es nachher noch fragen? Ja. Sehr gut. Ich will auf die Scheibe zurück. Folge mir nach. Sieh nicht mehr mit deinen Augen. Auf die Stimme des Herzens. Dann wird sich der Weg öffnen. Bist du bereit, so folge mir nach? Ja, dann wollen wir noch schauen, wie wir da rüberkommen. Müssen wir einen Weg geben. Auf jeden Fall verliert ihr hier Federn. Hm, aber wo stimmt das? Komm ich da noch hoch? Okay, da geht's auf jeden Fall bergauf. Ist schon mal schön. Nacht des ersten Tages ist voll ein... Irgendwelche Stundenzahlen. Okay. Okay. Was war das, was ich gesehen hab, Mann? Das macht mir Angst. Ich würde schwischen lassen, wie ich da gesehen hab. Auf jeden Fall geht da eine Treppe. Und wie führt mich diese Treppe hin? Ach, hier hin. Okay. Okay. Komm ich da rüber? Das bringt mir alles nichts an. Zum einsamen Gefühl, schreibt Vorsicht, der Weg nach unten ist lang und hart. Ich spiel da noch einmal runter und dann. Okay. Ich werd mal schauen, wie man da rüberkommt. Ja, ich guck mir den Spade oder so an. Wahrscheinlich von... ...Logzeit Link oder so. Ich hab irgendwie kein Schimmer, wie ich da rüberkommen soll. Hm. Na ja, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder von Let's Play The Legend of Zelda. Ich steh mich da schon mal hin. The Legend of Zelda Majora's Mask. Bis dann. Tschüss. T Finisch. Baisch oder? Yeah. Ich bin ver SIke, ich habaszin.